und wir sind wieder da was liest du da ich lese mein buch hallo hallo ja das letzte immer stehen geblieben und mir unsere freunde gefunden die aber ein bisschen abgemarkert aussehen also wir hatten ja eher das tor geöffnet ja das da und wollen mal schauen wo es jetzt weitergeht richtig richtig genau ich tippe mal irgendwo hier das sieht gut aus tauch einfach an alles klar dann auf hier geht sehr tief runter oh ja ist nur ein bisschen verschwommen minimal minimal geht es hier auch wieder hoch ich glaube hier geht es hoch oder hier unten ist ein gang siehst du mich da bist du ja hier ist irgendwie ein durchgang ich glaube hier geht wieder hoch stein sieht aus wie ein gesicht was war das ich komme ich kann nicht machen wenn ich so halb im wasser stecke das ist ein seil ganz wichtig und laut ist es hier wieder schnell doch mal ein mal ein wasser verlaut ja bitte okay gibt es hier außer stöcke nichts geht es weiter können hier hoch ich gehe mal kurz gucken ja genau gehen sie mal gucken ich bleib der weile hier unten und halte ich still nein ich komme mit hoch hier waren wir schon mal hier waren wir schon mal hier ist ein lagerfeuer warte mal ich guck mal ich guck mal ich guck mal auf die map ob sich da irgendwas ergibt hm ja die map hat er leider nicht mit gespeichert dann kann ich dir auch nicht sagen ob wir hier schon mal waren hm iiiiih das sieht ja boah ja dann müssen wir hier wieder durchtauchen oder ja aber waren wir hier wirklich schon mal ich weiß es nicht also es sah auf jeden Fall so aus ja dann ab durch hier ab durch die Mitte schauen wir mal wo wir hier hinkommen auf jeden Fall ich glaube nicht dass wir hier schon mal durchgetaucht sind kann ich mich auch nicht dran erinnern ohne Tauchergerät wären wir da ganz gnadenlos direkt mit dem Seil auf dem Boden das sind aber auch mega Höhlen hier aber gut dass du immer vor wünscht das finde ich toll da bist du oh hier ist so ein kleines Loch ah ja wo sind wir ähm wir sind wieder draußen ja willkommen zurück soviel dazu ja gut zu wissen dass man halt so hier wieder ne hab ich schon mal einen kleinen Tümpel hier ne ich glaube nicht ne aber es ist ganz in der Nähe von unserer Basis ne mal eben auf die Map wir sind da unten rein jetzt fängt es an zu regnen hier müssen wir wieder rausziehen so wir sind da unten rein und sind hier oben wieder rausgekommen das kann ja was werden du das ist ja toll ich stehe auf dem Baum stehst du auf dem Baum? was musst du da oben? was machst du da oben? direkt разв molecule direkt ein Flügel hat man dann recurring Übersicht über das ganze hier ja? ja ja das ist das war ja eine세�erne Höhlen Tor ja ja denn ja dann Verdienerl ja dann gucken wir noch mal wo ob wir noch irgendwo Höhle finden na Ja, vielleicht sollten wir auch mal Warte mal Ich sag mal so auf die Map gucke Mehr Noten laufen Da waren wir glaube ich noch gar nicht, oder? Warte, schau mal Einfach da so in die Richtung Da gibt es ja auch noch Hier ein Stück weiter Richtung Norden, ja Ja Da könnte man ja machen So ein Kompass? Äh, ja Ich hab einen Kompass, warte Also Noten ist genau da Ich folge dir auch nachfällig Okay Bambi Attacke Ja, das muss ja leider sein Ja, dann gehen wir Richtung Norden Und gucken, ob man da Da wird es kalt Sieht zumindest danach aus Oh ja Ja, du hast ja deine fetten Stiefel da an Ja, stimmt Ich hab ja meine Hasenschuhe Hier sind Fische, hast du noch den Spieß? Hier ist einer, ich hab einen Hier sind... Waffer Ich hole jetzt noch mal ein paar Fische erstmal Fische brauchen wir nicht Braucht denn Fische Braucht Federn für Pfeile wieder, ja Da ist noch ein Bambi Eine Echse Sag mal, hier könnte man sich doch ein schönes Häuschen hinsetzen, oder? Ja, wollen wir machen kurz Guck mal Hier sind schon ein paar Stühle Ja, dann lass uns doch hier mal ein Haus auf der Klippe bauen Wo kommen die denn hier hin? Bauen wir uns hier noch eine kleine Zweigsbasis auf Ja, warte Einen Moment Ich glaube, hier war auch irgendwo die Höhle Ich will nur meinen Stuhl passend Schieben Damit ich... Oh So So umgekippt Los, komm Hoch mit dir Nein Wir haben Besuch Hi Bleibst du liegen? Gar kein Problem Brauchst ein Bein, oder so? Ach Gott, nicht du Da hast du eins Da hast du noch eins Einen Arm vielleicht? Äh, im Moment nicht Ich bin gut ausgestattet Ich bin am Kopf Wo kam der denn gerade her? Da unten am Strand Haben wir auch noch Besucher Hier kommt noch einer Ja Hier kommen drei Guck mal links Da ist gleich ein Dorf Das macht nichts Das ist doch kein Guter Platz Die sind ganz schön viele Ähm Lachen so Mal schön, Rainer Ja, wo sind seine Kollegen? Äh, die haben Angst bekommen Aber siehst du da Ja, da hinten laufen sie Ja, aber wenn wir hier dicht haben Dann kann hier nichts passieren Wenn wir hier dicht haben Was ist das da hin? Lass uns mal hier im Wald fällen Dann bauen wir uns erstmal die Mauer hier auf 164 Loks Ja, ist doch schnell gemacht Ganz schnell Machen wir hier mal zwei Ausgänge mit rein in die Mauer Und dann passt das So Ne, ne, ne Ist meiner Wollen wir gleich ein Feuer hinsetzen? Mh, lecker Fleisch Oh, ich kann nicht mehr Fleisch aufheben hier Kannst, äh Kannst haben Na komm, lass mal Feuer machen Ich kann auch nicht mehr aufheben Hier Feuer? Okay, Feuer kommt Machst du? Machen wir gleich ein Steinfeuer, ja, ne? Ja, klar Wo ist der Eingang? Hier an der Seite, ne? Hier ist der Eingang Okay, dann würde ich sagen Machen wir einfach hier so hin So ein bisschen Fleischbraten Müssten auch wieder hier so ein Zum Ausbluten, weißt du Ja, so ein Rack hindenbauen, ne? Ja, zum Austrocknen, besser gesagt Warte, ich bau mal ein Ja, bau du mal ein Guck dabei, ob wir beobachtet werden Aber es sieht ruhig aus Hast du noch acht Stiggis? Ne, ich hab gerade Zwei fehlen noch Brauchen wir noch zwei Das ist ja kein Problem, hol die hier Mal eben Dann mach ich mich schon mal ran Ein paar Bäume fällen hier, ne? Alles klar Stopp, Essen Bevor das verbrennt da drauf Das find ich schön So, Hammer Ich hab gegessen Dann häng ich das Zeug mal hier hin So Sehr schön Wunderbar Und ne Schildkröte könnten wir noch gebrauchen Damit wir Wasser kriegen Schildkröte? Kein Problem Besorg ich Sind unsere Freunde wieder weg? Ja, ich glaub schon Komm ich hier runter Ohne Beine zu brechen Oh Können wir auch Ah, da hinten rennen sie schon wieder Wir können es auch hier eine Treppe runter bauen, ne? Können wir machen, ja Dass wir mal Schwimmen gehen wollen Aber ich hol trotzdem schon mal Baumstände hier Da drüben ist auch ein toller Platz Sind überall tolle Blätze Okay, Schildkröten Gucken wir mal, ob ich eine finde hier Einen Kochtopf hab ich auch noch einstecken, ne? Aus der Höhle Das ist auch gut, ja Für was wir den auch immer noch brauchten Keine Ahnung Oh oh, hier ist ein Häuptling Ja, dann Viel Spaß Da sind die Container Hier waren wir schon mal, oder? Ich glaub schon Amen